Du Xaver, hallo. Christi, bringst du gerade Wasser? Christi, ja, ich muss mit dem Tier Wasser holen. Ich sehe deine Stirnlampe. Mir kommt es aber vor, als ob es heute an Weihnachten schon minimal, jetzt um fünf, ein bisschen heller ist. Geht es dir auch so? Ja, ich habe es dir schon mal gesagt. Es geht wieder aufwärts, es geht wieder aufwärts durch. Wir haben heute einen heiligen Weihnachtstag, wir haben es für heuer überstanden. Es geht aufwärts, du warst durch meinen Redending und es stimmt auch wieder, ich sage es immer wieder. Am 22.21 war die längste Nacht und heute ist Weihnachtstag. Wir haben es schon wieder, ich habe es dir schon mal gesagt, glaube ich. Ja, auf Weihnachten um einen Hahnenschritt. Hahnenschritt. Wie schnell geht es so ein Hahnenschritt? Ich habe es dir eine Sekunde oder zwei Sekunden. Und ich spüre die zwei Sekunden. Und dann, na ja, geht es schon weiter mit einem Hirschen-Sprung. Wie springt es? Hirschen-Sprung, der dauert schon wieder eine halbe Minute bis eine Minute. Und dann kommt Hallig-Lei-König. Ja. Ah, da geht es schon mal eine Viertelstunde, das geht jetzt wahnsinnig auf, der Januar. Ja. Und dann tue ich eine Pflichtmess schon eine ganze Stunde. Wann ist Lichtmess? Das ist der erste oder zweite Februar, glaube ich. Ah, ja genau, das zweite Februar. Und dann geht es wieder auf, kommt wieder ein Jahr. Ich hoffe heuer wieder ein schönes Jahr, 16. Ich hoffe, dass mir die Pflichten geklaut kommen. Und dass endlich einmal alles ein wenig zusammenhält und die Menschen wieder glücklich sind.